Heute zu Gast die wunderbare Laura G.H. Ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden oder Sängerin oder beides. Und alle romantischen Vorstellungen sind zerstört. Es sprießen ja echt gerade Biografien von behinderten Menschen wie Pilze aus dem Boden. Schrecklich! Der Behind-Bonus, warum sie dieses Buch gekauft haben. Das ist mein Lieblingstil. Ich lebe auch genauso und deshalb schreibe ich auch genauso. Du hast deinem Buch deinem kleinen Bruder gewidmet. Weil ich weiß, dass Julian so zu den vergessenen Menschen unserer Gesellschaft gehören. Im Fernsehen ist alles echt. Darfst du betrunken Rollstuhl fahren? Oh ja, aber essen dürfen sie alles, oder?